hallo und herzlich willkommen ich bin heute wir auf die jagd noch ein ticket und heute habe ich das spiel conflict of nations ich habe schon heruntergeladen ich werde es mal starten ich glaube ich habe es auch noch gar nicht gespielt zumindest sagt mir das nicht ich bin jetzt hier im menü wähle eine spielbare nation aus der liste aus ich wollte deutschland nehmen aber das geht hier nicht muss andere nation nehmen ich glaube ich nehme norwegen dann norwegen schwein finnland gibt es auch noch für keiner weiß auch ich bleibe mal bei finnland oder mittel groß ok ach ich bleibe bei finnland so wir haben finnland ausgesucht oh was ist das nochmal starten naja was mache ich das bei spiel anscheinend geht er nicht hmmm das ist natürlich ärgerlich wenn das so ein spiel wäre wie risiko dann wäre es ein spiel was ich gerne gespielt hätte und das sah ja schon so aus wie risiko konflikt nation ww3 dritter weltkrieg dann werde ich mal das abbrechen ja ja ja